Paul Tempel und der Fall McRoy von Francis Durbridge Übersetzung Dr. Georg Parkitz Dramaturgie und Dialoge Andreas König Regie und Musik Antonio Fernandes Lopez Ja. Meinen Sie den Paul Tempel? Ja. Nie im Leben. Und selbst wenn er es wäre, er ist ganz sicherlich nicht in diese Sache verwickelt. Meine liebe Diana, wann haben Sie... Was ist los? Ich hatte doch recht mit dem Mann. Es ist Tempel. Schauen Sie sich die Initialen auf seinem Koffer an. Verzeihen Sie... Ja? Bitte. Was ist... Entschuldigen Sie, wenn ich Ihre vertrauliche Unterhaltung störe, doch ich glaube, Sie haben Ihre Brosche verloren. Meine Brosche? Ja, sie liegt auf dem Boden. Oh, vielen Dank. Mrs. Tempel? Sie sind doch Mrs. Tempel. Ja. Kennen wir uns? Ich glaube, wir haben uns vor etwa zwei oder drei Jahren getroffen auf... auf einer Party. Tut mir leid. Ich kann mich nicht... Natürlich. Natürlich erinnern Sie sich nicht. Es war sicher ein sehr aufregender Tag. All die Fragen, der ganze Trubel. So kurz, nachdem Ihr Mann den Fall Rex gelöst hatte. Na sowas. Wie klein die Welt doch ist. Nicht? Nicht? erst mal blue Und hinten ج Bombe auf einmal 06300 Entsche rest